Moin Leute, was geht ab? Super Pizzi mal wieder hier. Ich bin hier gerade auf dem Board. Ich glaube ich werde jetzt hier in den nächsten Tagen so ein paar Videos machen, also Vlogs, was ich hier so mache, weil ich bin schon eingekommen. Alles cool und ich glaube ich werde euch so in meinen Tag reinnehmen. Wären jetzt glaube ich nicht so lange Videos, wirst du? Äh, werden jetzt glaube ich nicht so lange Videos, aber ich glaube schon nice und ich glaube das gefällt euch auch. Oh, okay, ich höre noch mal. Ich fahre hier gerade mit so einem Ripsurf. Ähm, Shore Board. Sehr nice. Das hat nur zwei Räder. Was? Und Finn ist auch dabei? Oh, Finn bitte. Ja, ich bin eine Fliege. Leute, ich wackel so, ähm, ich wackel so, weil... Das ist komisch, weil es extra schön komisch aussieht. Damit mache ich meinen Antrieb. So mit dem Wackeln. Oh. Ja, muss es so machen. Aber man muss es so machen, also. Man muss es so machen. Guck, Finn hat auch sein Board. Style for euch. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich glaube, die Tage werden jetzt nicht so lange Videos immer kommen, aber ich hoffe, ich hoffe, ähm, Daily einen Vlog so hochzuladen. Äh, finde ich auf jeden Fall ganz nice. Zwei Wochen lang, das fühle ich wieder. Ich glaube, das Pass im Update kommt, weil es waren drei Millionen Likes. Aber ich habe geguckt. Ingame, da stand, dass die drei Millionen, ähm, Likes erreicht wurden. Aber, wo ich auf Petsim Roblox geguckt habe, da waren auch nicht die zwei, äh, äh, auch nicht die drei Mille. Ich glaube, das war ein Bug oder so. Und alle haben sich schon gefreut. Ja, ist nicht so schlimm. Es war so oder so auf der Autofahrt. Also, big chilling. Und jetzt kann ich es doch mit erleben so. Falls ihr wisst, was ich meine. Auf dem Handy. Okay. Ja, ich mache, glaube ich, mein Bett dran gegen Finn jetzt. Auf jeden Fall. Äh, sehr geil. Oh, ich habe jetzt so einen Boden. Der ist jetzt nicht so schillig. Der ist jetzt, der ist sehr unschillig. Ich glaube, wow, ist so schwer. Ja, okay, Finn hat auch aufgegeben. Übrigens, hat es auch nicht geschafft mit dem Board. Ja, sehr schade. Auf jeden Fall nice. Okay, ich mache hier gerade der Wettrennen gegen Skateboard. Ich weiß nicht, wie unfair das ist. Aber ich glaube, ich verkackert. Uh, da Finn. Was? Oh, bis wohin geht's? So, dann habe ich jetzt verloren. Schade. Wir beginnen das Wettrennen. Oh, ich gehe gegen Finn. Papa. Oh, scheiße. Ja. Ich finde, das ist wie schnell. Oh, scheiße. Er ist so schnell. Er ist so schnell. Er ist so schnell. Oh, Skateboard hat mich auch überholt. Ich bin hier richtig mauch. Kameraschlau positioniert. Stark von ihm. Uh. Tschüss, tschüss. Ich bin da geworden. Papa war zweiter und ich war letzte. Schade, egal. Ist halt so. So, jetzt habe ich einmal das Board von Finn. Und jetzt machen wir nochmal ein Battle. Miesgeil. Mal gucken, ob ich jetzt schneller sein werde. Oh mein Gott. Das ist das Gefühl. Zehnfach so schnell. Fehlt mal. Wenn du jetzt. Nicht. Jetzt komme ich so. Scheiße. Oh mein Gott. Das war glaube ich nicht so schlau. Aber egal. Wir machen jetzt zweites Wettrennen. Und jetzt finden wir den Skateboard. Schade, Marmelade. Okay, let's go. Okay, Leute. Jetzt ist es so. Ich mit Skateboard. Papa mit dem Ding hier. Ja, mach ich. Hey, ich gebe es nach da hinten. Nimm du das Skateboard mit. Oder Finn. So, jetzt darf Finn mit den Weißen. Und ich darf mit dem Skateboard Roni. Ja, Leute, so ist es. Ich fang wieder von da an. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wie doof. Äh. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wer es diesmal schaffen wird. Ich weiß nicht. Ich weiß, es ist nicht ganz so gute Grafik hier. Aber mein Handy ist auch jetzt nicht beste Leben. Ja, was soll man sagen. So, start wieder. Oh mein Gott, es ist dunkel. Ich sag's euch. Komm, Finn. Wir wollen starten. Letzte Roni hat der Papa gewonnen. Ich wurde zweiter und Finn war letzter. Er ist noch nicht mein Ziel gekommen. Schlecht mal. Komm. Nein, du musst hinten starten und dann musst du zwei Schritte nach vorne. Ach so. Und dann so schnell. Ja, aber die anderen kann ich auch. Ich zeig dir kurz. Ich zeig dir kurz. Warte. Nein, guck mal kurz. Guck mal. Du musst so machen. Ja. So. Dann machst du so. Geh mal ein bisschen weg. Da muss man zweimal so. Oder so. Tschüssi, Kofi. Okay. Okay. Okay, jetzt ist Finn. Maybe er schafft's. So. Oh. Ja, stark. Stark, Finn. Ja, einfach einfach. Okay, nice. Okay. 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 Ist egal. Oh mein Gott. Hä? Wie macht man das, Papa? Ich verstehe das auch nicht. Okay. Oh mein Gott. Skateboard werde ich auch so mies verkacken. Ich guck mal, ob ich wenigstens das hier kann. Nein. Standard-Skateboarden. Schild. Okay. Ja, schon. Schon gut. Schon gut. Wendung. Eine klinische Wendung. Guck. Oh. 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 Scheiße. Scheiße. Ich hab ein Beet oder keine Ahnung was. Aber jetzt ist das Rennen. Ich glaub ich. Ich werd mies. Aber ist ja nicht so. Ah. Schlimm. Oh. 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 Egal. Wir starten jetzt. Let's go. Ey Leute. Ruhe. Es gibt noch welche, die wir arbeiten. Schluss aus. Okay Leute, wir müssen jetzt leider aufhören zu skaten. Wir wurden grad angesprochen. Das ist eine witzige Stunde. Das kann ich doch voll geil in den Lappen einbauen. Okay. Bist du jetzt auch schon? Worum geht es dann glaube ich weiter? Tschö. Lasst gerne noch ein Like im Lappen da. Ja. Oh weia. Heute wird glaube ich nichts mehr kommen. Ja ja. Schluss aus.